Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finbox. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten mein Startrate beträgt hier 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Britisch Pfund, Australisch Dollar, sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Nochmal. Sieht gut aus, aktuell sind beide Trades im Gewinn. Bis 31.12. kannst du dich noch für mein Privateinzelcoaching 10K pro Monat bewerben. Ab Januar 2022 ist das nicht mehr möglich, weil ich mehr Zeit mit meiner Familie in Malibu verbringen möchte. Bis 2018 war mein Freund Tommy Gottschalk mein Nachbar. Leider ist sein Haus abgebrannt. Ersten Trade habe ich gewonnen. Aktuell ist der Markt sehr volatil. Da muss man sehr gut aufpassen. Ich gehe nochmal rein. Und nochmal. Perfekt, den zweiten Trade habe ich auch gewonnen. Sehr schön, der Kurs fällt stark. Perfekt. Noch 10 Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Adios.